Durchaus sehr, sehr geduldig mit uns war und ist, wer kennt und schätzt sie nicht, unsere Werbung. Auch sie hat ja sie gestern schon mal gehört, aber naja. Du bleibst an unserer Seite, du schämst dich nicht für uns. Du weißt, wir sind schwierig, dennoch gehst du nicht. Du stehst zu deinen Schülern, obwohl wir nervig sind. Hältst du uns die Treue, bist mit uns durch Dick und Bünd. Herr Bärbel-Konat, an jedem neuen Tag unsere Bärbel-Konat, die uns stets vergab. Herr Bärbel-Konat ist unerschütterlich, sie hält zu unserer Fax, bleibt uns treu. Herr Bärbel-Konat, an jedemcja in seid ihr in needing ein bisschen ruft und g portalet.